Hiho und willkommen zurück, meine lieben Burgbau- und Burgverteidigungsfreunde, zur Castle Story. Ne, was ist denn mit dir los? Ja gut, fängt schon mal toll an, dass es einfach einer seine Befehle nicht ausführt. Ah ja, hallo, schön, dass ihr hier vorne auffällt, was ist mit da hin? Na, so wie es aussieht, so wird unsere Eisenlager bald voll sein. Das heißt, hier können wir schon mal Eisen ausnehmen. Ja, den Flattenbefehl, mit dem warte ich auch noch erstmal. Hier sind alle Stümpfe eingerissen worden. Oh, schön, jetzt wird da hinten weitergebaut. Und hey, nicht mehr lange, dann haben wir endlich unsere zwölften Brickton. Na gut, ihr beide fangt schon mal an zu fletten. So, und hier warten wir erstmal, bis es wirklich viele Bauern ist. Okay, das soll sich auch erstmal von hier abtransportiert werden. Wir ziehen hier die letzte Line. Wir ziehen hier die letzte Line. Oh, auch gut. Oh, gut. Oh, gut. Oh, gut. Na komm, da ist ein Weg runter. Nehmt den. Ihr könnt ruhig von der anderen Seite anfangen. Aber ja, wir warten jetzt mal, bis sie hier Stümpfe abtransportiert haben, die locker sind. So, die konnten wir freisprengen, gut. So, dann teilen wir die mal so auf. So, dann geht's. So, dann geht's. So, dann geht's. So, und ich würde sagen, die beiden davon können wir uns sparen. Wir können Materialien, also Steine nehmen, Erde nehmen zum Auffüllen. Auch nicht hier noch bedingt. Also vielleicht eine Leine noch machen. Nee, lassen wir es so. Anbieter werden Sie wiederholfen lassen. Ein Wachstum! Ein Wachstum! Ein Wachstum! Knapp! Genau, ja! Nah, das ist die Wachstum! Das war's für heute. ... hier noch ein paar hin. So. ... übrigens den letzten für die Lücke. Gut. Ja, von Weitem betrachtet wäre das fast schon irgendwie kurz. ... 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